So, wir sind heute in Karikatka, in Akaristan unterwegs. Okay, schöne Gegend hier. Sieht hervorragend aus. Hallo. Ich habe keine Beine. Ach, da ist das mein Arbeitsplatz. Oh Gott, oh nein, das ist mein Arbeitsplatz. Aha. Tschüss. Mach's gut, Kollege. Drei Fahrzeuge, korrekt. So, ich wollte schon immer mal am Zoll arbeiten, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Ariskatskalsan. Aber gut. So, hallo. Okay, zeigen wir mal... ...deine Papiere hier. Äh, ja, das Auto sieht eigentlich in Ordnung aus, oder? Ist nichts kaputt? Ja, komm rein. Du wüsst nicht, warum nicht. Mach's gut, ja, mach keinen Scheiß, sonst kriegen wir ein Problem. Was ist das denn für eine kleine Gurke? Süß. Danke für die Dokumente, ich gucke mir das kurz an hier. Aha, Muhudorf, aber hier steht Muhadorf. Das kann ich ja nicht direkt ablehnen hier. Aha, 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 was bist du denn für ein Penner? Ja, passt, Nummer stimmt auch nicht. Doch, die stimmt. Ja gut, aber dein Name stimmt hier schon nicht. Wir haben auch noch kaputtes Fenster. Oh, ja, was ist das hier? Oh, das ist der Motor, okay. Will ich mal kurz reingucken? Hallo? Hi! Oh, Gott, ich bin hier sehr nah. Äh, hallo. Vergiss es einfach. Äh, nee. Tschüss. Ja, blöd, hä? Kannst gerade umdrehen und sich wieder verpissen mit deinem kleinen Gurkenwagen da. Den Kopfraum lass dir übrigens auf. Mach's gut. Grüß dich, hallo. Haben wir die Dokumente bitte? Danke. Liradiani, Kargastan. Aha, ich sehe hier was. Aha. Das ist ja unfassbar. Da verarscht mich schon wieder einer. Schauen wir uns das Auto noch mal ein bisschen an hier. Die Tür auf, Kollege. So, ich komme mal zu dir. Hallo. Really, nigga. Haha, das ist so unangenehm. Really, nigga. Da hat man eben direkt im Gesicht sitzt. So, aber du kannst deine Dokumente wieder haben. Äh, du darfst übrigens nicht rein. Tschüss. Das ist so wie ein riesen Gefährt, hey. Ah, 1,5 Kilo der Tonnen. Ja, geh mal her, du Cowboy. Großen O-Rasaljev. Das ist einfach, tut mir leid. Bruder. Sprachen lernen. Babbel. Asaljev. Oh, Asaljev. Das war hier. Hm, das passt alles. Ah. 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 Ah, nee, falsch. Das Foto ist auch erst heute machen lassen, oder? Kann das sein? Woher ist in Ordnung? Darf's rein. Hau rein, Bro. Ach du Scheiße. Da sehe ich ja direkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Guck dir mal deine Scheibe an. Aha, Platte Reifen hinten rechts. Astis Saue. Astis Saue. Ah ja, ist klar. Aha, das lehnen wir direkt mal ab. Ja, aber sorry, ich darf dich nicht reinlassen. Du hast allein schon falschen Arm angegeben. Tschüss. Oh, naja. Ihr taput. Haha. Mach's gut. Aha, aha, aha. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir pennen. Geiles Apartment übrigens. Wow. Ah, Yellow. Da haben wir schon Yellow hier. Zawet Yellow. So, bitte einmal aussteigen. Ich würde gerne das Fahrzeug besuchen. Muss ich aufschreien? Was haben wir da noch? Oh, Zigaretten. Ach ja. Oh, was haben wir denn da? Granaten? Ich hätte da fast eine Granate aufgeschlitzt. Das habe ich bewusst, oder? Ja, ich gucke mir deine Sachen gar nicht an. Du bist einfach direkt verhaftet. Ja. Tschüss. Okay, jetzt nehmen wir mal die nächsten Fahrzeuge auseinander. Hallo, geh mal raus hier. Komm mal raus hier. So, dann würde ich mal... Ich bin da in Dokumente. Halt die Fresse, lass mich in Ruhe. Wolle ich dich abstechen. Du siehst mir sehr verdächtig aus mit deinem komischen Bus. Steigen Sie mal bitte aus dem Fahrzeug aus. Valenti Borisov. Dich brauche ich. Dich suche ich. Valenti Borisov. Ja. Deine Karre wird jetzt komplett auseinandergenommen, Alter. Ups. Ne, du wirst einfach verhaftet. Einfach aus dem Prinzip, weil du auf meiner Verhandlungsliste stehst. So, verpiss dich. Innocent? Warum denn innocent? Egal. Ihr werdet es schön miteinander haben. Tschüss.